Jörg ist ein deutscher Historienspielfilm über den gleichnamigen, bedeutenden preußischen Herführer aus der Zeit der Befreiungskriege gegen Napoleon. Unter der Regie von Gustav Fusicki spielen Werner Krauss als Titelheld und Rudolf Forster als sein zögerlicher König. Handlung Europa 1812 Seit Jahren überrennen napoleonische Truppen weite Teile des Kontinents. Preußen liegt militärisch am Boden und ist gezwungen, gemeinsame Sache mit dem gebietshungrigen Korsen zu machen. Jetzt will der Franzosen Kaiser auch Russland endgültig niederwerfen, mit preußischen Truppen als flankierende Unterstützung. Die altgedienten Generale des preußischen Königs stehen fest zu den Befehlen ihres Monarchen, während die jungen Offiziere zu murren beginnen und sich sogar gegen Napoleon auflehnen, um ihn aus dem eigenen Land jagen zu können. Auch der tapfere Offizier Jörg will nicht länger Marionette des größenwahnsinnigen Eroberers sein und beabsichtigt, seinen Dienst im preußischen Heer zu quittieren. Er warnt vor den Konsequenzen, die Preußens Kampf an der Seite der Franzosen für das Land haben könnte, beugt sich aber schließlich dem Wunsch des Königs, neuer Oberkommandierender des preußischen Hilfskurs zu werden. Jörg's unmittelbarer Vorgesetzter wird der französische Marschall MacDonald, der jedoch Jörg zutiefst misstraut. In Kurland sollen Jörg's Truppen den linken Flügel der napoleonischen Armee decken. Zur eigenen Sicherheit entsendet MacDonald seinen Vertrauten, den Wicomte de Noëlis, zu den Preußen, um Jörg genau auf die Finger zu schauen. Noëlis solle ihn MacDonald im Falle von Jörg's Fehlverhalten augenblicklich informieren. Tatsächlich geben sie Jörg's Männer wenig motiviert im Kampf gegen die Russen. Jörg's große Stunde bricht an, als die Franzosen erstmals von den Russen geschlagen werden und sich zurückziehen müssen. Als MacDonald ihn daraufhin auffordert, sich und seine Männer für Frankreichs Grande Armee heldenhaft zu opfern, wechselt der preußische Patriot die Fronten. Er trifft sich mit seinem russischen Gegenpart, dem Feldmarschall Diebitsch-Sabal-Kanschi. Bei der Poscheruner Mühle und unterzeichnet die Konvention von Tauroggen, die einen Waffenstillstand zwischen Preußen und Russland regelt. Indes zögert Friedrich Wilhelm III. Noch eine Weile die Waffenbrüderschaft mit Frankreich aufzukündigen und erwägt seine hochrangigen Offiziere Jörg, Kleist und Kneissnau auf Druck des von ihm empfangenen MacDonald zu Hochverrätern erklären zu lassen. Doch MacDonald behandelt den König derartig anmaßend, dass dieser sich um Mensch liest. Schließlich erkennt der Monarch die Richtigkeit von Jörg Schandeln. Er zerreißt sogar eine pro-französische Verordnung und den Staatsvertrag mit Frankreich. Schließlich erlässt Friedrich einen Aufruf an Mein Volk, mit dem er dem verhassten Okkupanten endlich den Krieg erklärt. Als Jörg in Berlin einzieht, wird er von den Massen mit Jubelrufen begeistert empfangen. Produktionsnotizen Gedreht wurde vom 24. August bis 13. Oktober 1931 in Berlin, unter anderem vor dem Brandenburger Tor. Die Uraufführung des Films erfolgte am 23. Dezember 1931 im Uferpalast am Zoo. Exakt elf Monate später wurde Jörg auch in den USA aufgeführt. Jörg ist der einzige Film, den der Uferproduktionschef Ernst Hugo Correlier persönlich produziert hat. Dort gab Hauptdarsteller Krauss ein Tonfilm-Debüt. Theaterschauspieler Lothar Müthel übernahm mit seinem Part des Klausewitz seine einzige Tonfilmrolle. Die Filmbauten stammen von Robert Heldt und Walter Röhrig. Herbert Frohback diente ihnen als Hilfsarchitekt. Günther Anders assistierte Chefkameramann Karl Hoffmann. Der Film-Editor Eduard von Bosso, die assistierte auch Regisseur Ousecki. Eduard Kubat diente als Aufnahmeleiter, Walter Tjaden sorgte für den Ton. Kritiken Der Drehbuchautor und Regisseur Philipp Lothar Meiring schrieb im Filmkurier mit einigem Pathos zu den Vorarbeiten. Das Thema, die Schicksalsstunde Preußens, in der die erste Morgenröte eines deutschen Reiches aufdämmert. Glanz und Zusammenbruch der Grande Armee des großen Kursen, französisches Apier. Der russische Winterfeldzug und Preußens Erhebung gibt den grandiosen Rahmen, aus dem die monumentale Gestalt des eisernen Generals tritt. Der Produktionschef der UFA, Ernst Hugo Corell, übernahm die Produktionsleitung dieses Films im klare Erkenntnis der an diese Aufgabe gebundenen Verpflichtungen vor Geschichte. Kunst- und Moralverpflichtungen, die, wie einst die historische Gestalt, unbeirrbare Arbeit und Geistesdisziplin, gewissenhafteste Hingabe verlangen. Corell setzte es sich zum Ziel, das Verantwortungsgefühl und den sittlichen Ernst, die seine Arbeit beseelten, in allen Arbeitern am Werk zu wecken. Und auch wachzuhalten, die Gestalt und die Zeit forderten die künstlerische Erfüllung ihrer eigenen Ausdrucksform. Oskar Kalbus vom Werden deutscher Filmkunst schwärmte mit in Brunst über die Interpretation des Titelhelden. Werner Krauss formt in seinem ersten Tonfilm »Jork« die Kernfigur des preußischen Schicksalsmythos. Wie er nach des großen Friedrich-Tode tragisch und ganz vergeistigt aufwuchs, Jork. Im Jork-Film erscheint dieser Magier der mimischen Verwandlung als ein neuer Preuße, als ein neuer Wissender um die großen Notwendigkeiten der Wandlung des Gesetzes. Auch Jork muss von dem herkömmlichen Gesetz abweichen, muss es brechen, um ein Höheres zu erfüllen. Zu Rudolf Forsters Leistung als König heißt es wenig später. Hier wird der reifende Forster, der Königsspieler, nun ein anderer, ein Preußer, ein Fürst, dem ein fast zu schwere Schicksal auf die Schultern gelegt ist. Dieser König spielt nicht mit der Macht, spielt nicht mit den kühnen Gedanken einer neuen Zeit, die um ihn herum anbricht. Träumt nicht von einem Reich, das er stiften will, kennt keinen Machthunger und keinen Glaubenskampf. Dieser König ist ein gerader, stiller Mensch, der die Tragödien seines Preußen tief gebeugt erleidet und auch im tiefsten Fall von seinem Gott nicht lässt, der ihm gebietet, Verträge zu halten. Auch wenn der Feind sie ihm aufgab. Forster formt den Preußenkönig mit seinen königlichen Mitteln, ganz verhalten, ganz in sich gekehrt. Ganz entsagend dem Flitter und der großen Geste des Mimen. Zu der Regieleistung ist zu lesen. Gustav Fusecki hat mit seinen Schauspielern Werner Krauss und Rudolf Forster den Geist von 1812 heraufbeschworen. Kalbos Resümee fällt entsprechend dem neuen, seit 1933 in Deutschland herrschenden Geist durchgehend positiv aus. Es ist ein echter Gesinnungsfilm geworden in des Wortes höchster Bedeutung. Die Gesinnung, die daraus spricht, lautet. Filmtheoretiker Rudolf Arnheim hingegen spottete in der Weltbühne.